Herzlich willkommen meine Damen und Herren, da habe ich erstmal mal auf das Ding geschlagen. Ich glaube ich habe tatsächlich jetzt den Adler gefunden, der dich gekillt hatte. Echt? Hier ist eine Steinschleuder drin, eine Spitzhacke. Ne, das war nicht ich. Okay, das ist creepy. Nicht, dass da jetzt Leute um uns rum sind, ne? Aber der Adler hat halt, also der Adler hat halt eine Tasche dabei. Ich sehe dich da unten rennen und wie langsam der tritts. Der ist ein bisschen voll. Ja. Mach mal den nicht ganz so voll. Ja, du hör mal, ich mach das hier, wenn mach ich es richtig. Naja, aber du brauchst halt ewig. Ineffizient, mein Freund, ineffizient. Ja, also da waren, da war gerade zwei Steinschleudern drin und so. Ja, also der hat ja auch so Level 1 Zeug, hat der auch so von sich aus dabei. Aber da war halt echt viel drin, da waren... Ja, ja, das machen die auch von alleine. Na gut. Ich brauche jetzt halt den Stein, dass wir endlich den Ofen machen können, Dude. Ja, ich bin auf dem Weg, ne? Ich kann hier sonst nichts mehr tun. Ja, wie gesagt, kannst du ja ein bisschen entgegenkommen, den ein bisschen entlasten. Ich meine, ich kann den auch noch mal ein bisschen was rausnehmen. Oh, vor allem brauche ich Wasser. Uff. Scheiße, Mann. Wie machen wir das mit dem ficken Wasser hier? Ja, wir haben gekleid. Wasser. Ah, Wasserreservoir kann ich schon bauen. Sehr gut. Sehr gut. Aber fünf Zement dafür. Müssen Kittinen noch prügeln. Weil dann können wir nämlich hier oben so einen Tank aufstellen und haben dann daraus Wasser quasi. Aber das ist auch eine endliche Quelle. Ja, da macht das doch. Ich bin jetzt auf dem Weg. Das heißt, wir müssen Kittinen fahren und Kittinen kriegen wir nur von Skorpionen und Schlangen und so eine Scheiße. Warum müssen wir nicht noch mal fahren? Äh, damit wir Zement machen können. So ist er jetzt schneller? Kann ich ja nicht sagen, weil ich bin immer... Lauf du, dicker. Ja, ja. Na gut, dann zieh du den mal, weil ich bin... Hab auch noch relativ viel. Okay, so fahren wir die Sonne. So. Ich hab nicht mehr viel Wasser, ey. Also Bären sind echt... Ja, ist wichtig für uns, glaube ich. Hat der noch? Ja, da. Ich bin schon langsam. Schau mal, du hast jetzt richtig viel im Inventar von dem, was du eigentlich nicht brauchst. Kannst du kurz mal hergucken, wo kommen? Ja, 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 wird dann. Schau mal, du hast jetzt super viele Bären da drin. So, die sind super schwer und die brauchst du eigentlich nicht. Also Samen raus, Narko-Bären ist erstmal drin. Die ersten Bären lassen wir auch drin und der Rest kannst du alles rausschmeißen. Komm ran hier, schneller. Mal gut, ein paar Bären dabei zu haben, ne? So. Alter, es ist schweineheiß hier. Fuck. Alter, hier ist echt nicht mehr viel von der Deckung üblich, die wir mal hatten. Nee. Hoffentlich wachsen diese Riesenbäume wieder. Ich mach mal wieder ein paar Betäubungspfeile, ne? Okay. Brauchst du auch noch... Wie kann ich denn mal aufteilen? Shift? Nee. Ja. Shift geht nicht. Shift und ziehen. Hab ich. Okay, so geht's. Okay, da mach ich mal wieder einfach... Ja, nochmal 40 Betäubungspfeile, ne? Mhm. Ja, dann sitzen. Der Schmelzofen. Da ist er... Nee. Was braucht er jetzt? Metall, ne? Ja. Metall müssen wir noch im... Peter Hans sagen. Genau haben, ne? Aber das ist halt... Ja. Ist halt nicht viel, ne? Brauchst du immer zwei Rohmetall für einen Metallbahn. Warum ist denn das so heiß hier oben, hör mal? Kann ich auch nicht sagen. 35 Grad, ey, uff. Da krieg ich ja kein Damage davon, oder? Ja, aber wir verlieren halt Wasser und dann kriegen wir Damage. Weil ich hab jetzt zum Beispiel kaum noch Wasser. Ich muss jetzt runterrennen. Brauchten wir jetzt Feuersteine hier? Was? Soll ich ja nochmal ein paar Feuersteine reinmachen? Nee. Du musst ja erst das Zeug machen. Wie? Na die... Das Pulver machen. Du kannst nicht einfach Feuersteine reinlegen. Feuersteine brennen an sich nicht. Sündpulver. Äh, äh, das... Okay, ich hab jetzt einfach mal Feuer gemacht. Mit Holz und Metall wird der Metallbahn draus, ne? Right? Ja. Okay, sehr gut. Und zwei Rohmetall machen immer ein Bahn, ne? Okay. Kann man Bäume irgendwie auch pflanzen? Nein. Weil ich hab Sorge, dass dadurch, dass wir oben die Plattform jetzt hin gemacht haben, dass unten auch nichts mehr wächst. Ja, könnte gut sein. Kacka. Aber ist jetzt halt egal so. Wir machen das jetzt einfach mal da. Ist auch so eine okaye Stelle. Nicht mehr ganz so OP, aber... Ich glaube, das geht noch gut. Klar. Ja, ich denke auch. Ähm... Was kann nicht zähmen gehen? Ich hab nicht Bock, was, was, äh, klein zu... Ich hab jetzt erst mal Wasser für mich geholt. Äh, ich muss auch vorbei, ne? Ich hab noch einmal einen Schlauch. Ähm... Und wir sollten vielleicht... Könnten wir drumherum irgendwie... Ach, wir brauchen halt... Eigentlich brauchen wir eine Wasser... Basis. Also eine Basis, wo wir auch Wasser herkriegen. Na, wenn wir jetzt natürlich da sechs Kilometer langen Leitungen verlegen, das ist natürlich kompletter Quatsch. Ja. Äh, hast du noch... Kannst du noch mal ein Bett bauen? Ja, können, ja. Hätten wir super. Ressourcen weiß ich nicht. Ich gucke mal, ob hier gerade... Ich gehe nochmal in diese Richtung, wo diese Fleischwasser waren, die eben alles zerfickt haben. Ja. Mal so ein bisschen zugucken, was da Sache ist. Okay. Oh, hier ist auch noch eine Höhle. Also das alte Bett haben wir ja noch, ne? Ja, aber ist halt super. In Notfall können wir das nehmen, ja. Oh, hier ist noch eine Höhle. Ich hab ein neues Bett gebaut. Boah, hier ist echt eine versteckte Höhle. Und da ist auf jeden Fall zwei Bären. Ja, ja, das sind ja die, die wir vorhin gefunden haben, ne? Ah, das ist die Höhle einfach von der anderen Seite. Ja, makes sense. Äh, wir brauchen mehr Metall. Okay. Aber kannst du mir nicht erst eine Metallachse machen, damit ich damit... Nein. Nee? Nein. Das reicht wirklich nicht. Ich brauche erst Metall, um die Metallbank... äh, Werkbank zu machen. Wie viel brauchst du dafür? Äh, mindestens noch zwei Stück. Okay, also wir haben gerade erst vier und du brauchst... Ja, fünf brauch ich. Fünf Bären brauch ich. Hm, ja, wollen wir bei der Wiki gucken? Was denn? Wir können ja bei der Wiki gucken, wo die nächsten Metallsachen sind, oder? Naja, du kannst ja einfach auf Steine einschlagen, das kommt dann da schon raus irgendwann. Ja, aber es dauert halt hier... Neh, ich darf wieder dann besser die Spitzhacke... Spitzhacke wieder, ne? Geh. Was? Achso. Ja, doch. Ich glaube, da ist die Chance höher. Ja. Bezahke für Metall. Dann können wir gleich hier noch ein paar Dings machen, weißt du? Feuerstein. Kriegsbums. Feuerstein? Ja, ich habe super viel Feuerstein im Dings. Im Dino sind 100. Also, solange es regnet, ist ja fein, ne? Ja. Ja, Metall zu farmen ist irgendwie... Ja, ist ein bisschen schwieriger. Eine träge Angelegenheit hier. Ja. Ähm, wir müssten eigentlich mal gucken, warte mal, wo sind denn die Metalldinger? Ja, eben meine ich ja. Und du meintest, dass da unten sind Dinos, die wir super geil zum Farmen einsetzen können. Wollen wir uns nicht einfach ein Sam gehen? Ja. Ich bin nur noch nicht ganz sicher, ob wir das schaffen. Ja, komm, lass mal ein bisschen High Risk, High Reward machen. Okay. Guckst du mit? Ja, ich schmeiß mal kurz eine meiner Sachen raus. Ah ja, das ist eine gute Idee. Ey, cool, ihr seht so ein Wandschlag. Ja. Man hat manchmal das Gefühl, du machst wirklich etwas, während ich weg bin. Bloß in meiner Folge kam ich irgendwie nicht zu Rande mit meinem Gehirn, ey. Uff. Samen. Hast du auf die Uhr geschaut, Timer-technisch? Äh, ja. Wir haben noch 20 Minuten, wir können das schaffen. Weiß das bitte über Bord, nicht einfach nur in die Wohnung. Ja, du weißt doch, wie ich bin. Ja. Und ich sag dir das bis an deinem Lebensende, ich schwöre dir das. Okay. Ähm. Ja. Also so ein Dödi. Let's go. Äh, warte mal, äh, Zähm-Sachen. Äh, Bären hab ich dabei. Äh, Narkotöpfchen, Warn. Hab ich ein paar noch hier drin gelassen. Ja. Na, komm. Ja, warte, ich stehe gerade noch mal ein paar. Äh, aber du musst die Töpfchen auch mitnehmen, ne? Hä? Ich hab ja drei, das reicht locker. Hi. Ja, ja. Ich hab noch mal 20 Minuten mitgenommen. Let's go. Ja, äh, ja, dann hier links rum, da. Nee, nee, hier runter und dann links um den Berg rum. Ja, rechts um den Berg, oder? Nee, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Also recht. Also recht, ja, dann Orientierung, ne? Nee, da drüben sind wir die Allosaurus sind, ne? Warte mal, eigentlich würde ich da gerne mal hingucken. Ja, da hab ich ihm geguckt, die war nicht da. War da Wasser? Nee. Also ich war nicht so weit. Ich kann gar nicht gleich mal. Weil da, es gibt, es gibt tatsächlich Orte hier. Und ich glaube, das muss ich einfach zwischendrin mal kurz recherchieren. Ähm, es gibt hier Orte, wo so eine kleine Wasserpfütze ist. Und das ist übel OP. Weil da kannst du ja richtig schön flach bauen. Den ist noch ein Adler, ich geh den kurz killen. Ja, ja. Da ist auch noch ein Tricera-Zobser, wir brauchen ja eigentlich nichts bei, ne? Tricera-Klops. Was für ein Level hast du denn, Adler? Ach, ist mir egal. Oh, das ist sogar der 56er. Äh, Tricera-Tops. Ah, gut, das hätte ich jetzt natürlich besser spielen können. Warum schießt du denn auf den? Warum nicht? Machst du doch mit dem Speer. Haut besser rein, glaube ich. Nö. Ich weiß nicht, wie viel Stube macht, was da war bei mir. Oh, toll. Erster Hit. Kaputt. Bei mir ist er noch nicht kaputt. Jetzt. Ne, meine Axt war kaputt. Achso. Ich war richtig enttäuschend. Okay, auf geht's. Jo, da vorne ist zum Beispiel schon einer. Das ist ein kleiner, glaube ich. Das ist so eine Ratte. Das ist Level 8, ja. Der macht Stein. Ja, dann lass dir mal mal. Was geht mit dir? Also das ist halt Level 8, ne? Da oben ist noch ein 56er. Also wenn wir die Ressourcen einsetzen wollen und eh nah dran sind. Achso, die sind dann auch schneller am Abbauen, oder was? Ja, alles haben die besser. Viel mehr Storage, Speed, alles. Let's go. Warte mal, wie kann ich denn den Chat ausblenden hier? Ja, ich weiß es auch nicht. Ist immer da, Alter. Wo? Ne, der ist immer da, der Chat. Okay, auf geht's. Ey, ist egal. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier links müsste er irgendwo sein. Alter, das sieht so aus, als wären hier die Fleisch... Ist das daten in T-Rex? Ne, ne, ne. Ist das daten in T-Rex? Nein. Oh, warte. Doch. Doch ist es. Uhuhuhuhu, Baby. Wollen wir in T-Rex zu ihm gehen? Ich hätte ja schon Bock, ne? Okay, hast du ein Bett gebaut oben? Äh, ja, aber hey, 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 das ist die letzte Aufnahme, Dude. Wollen wir in T-Rex zu ihm gehen? Wir können den nicht zu ihm. Warum nicht? Weil es die letzte Aufnahme ist. Ja, aber der Sower ist doch still bis dahin. Der dreht sich nur im Kreis, der Junge. Okay, der dreht sich nicht im Kreis. Fucking run. Lauf, 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 lauf. Ne, ich glaube, er kommt nicht hinterher. Doch, doch, kommt er. Echt? Okay. Ja, der hat Bock auf dich. Okay. Und? Hat er immer noch Bock auf dich? Nee, jetzt nicht mehr. Aber jetzt hat er Bock auf einen Ankylo. Was sind das für einer? 22? Oh. Weißt du was? Weißt du was? Ich schieße mit Betäubungsfeilen in den Popo, oder? Nee, 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 nee. Der macht dich gerade, obwohl doch, jetzt macht er sich einen Ankylo zu schaffen, schafft es nicht. Sollen wir? Ja, mach, 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 mach. Mach einfach. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Keine guten Neuigkeiten. Sag mir was. Sag mir was. Lauf. Lauf einfach. Ja. Warte, warte. Er backt da oben fest. Nee, doch nicht. Er hat wieder den Ankylo. Jetzt geh hin und hau ihn einer. Ich seh ihn nicht. Weil da ist nämlich auch Skorpion. Zwei Skorpione. Pass auf, die dürfen dich nicht stechen, da geht's dir down. Aber die stechen ihn und können den vielleicht sogar... Obwohl, nee, das macht er. Das macht... Oh Gott. Oh Gott. Oh, what the fuck? Ja. Jetzt hat er... Nee, er beißt weiter. Schieß, 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 schieß. Alter, du musst mir Infos geben, ne? Ja, mach ich doch die ganze Zeit. Okay, nice, Treffer. Lauf weiter weg. Lauf weiter... Oh, oh, oh. Oh, ja, das ist gut, das ist gut. Versuch ihn da zu treffen. Nice. Geh hinter den Stein. Ja, ja, weiter hinter den Stein. Weiter hinter den Stein. Weiter hinter den Stein. Ich komm jetzt auf der anderen Seite wieder raus, ne? Kiten, 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 ja. Hinter dir. Nochmal ballern. Oh, den hat's gleich, wenn er... Nee, doch noch nicht, doch noch nicht. Wenn er wegläuft, dann hat's ihn gleich. Sag mir was. Lauf einfach weiter. Immer weiter kiten. Kiten, kiten, kiten. Der ist hinter den Stein, hinter dir. 180 Grad, genau. Okay. Geil. Bring's jetzt gleich. Gib ihm. Ah, nicht verfehlen. Hast du genug Pfeile noch? Ja, ja, ja. Er kommt über den Stein. Über den Stein? Über den Stein. Wo ist er, wo ist er? Er ist da noch. Jetzt kommt er gleich wieder hinten rum. Er kommt über den Stein. Fuck. Okay, okay, okay. Fühlt weiter an der Nase rum. Das läuft, das läuft, Alter. Der hat doch selber aus dem Baum rausgekuckt. Gib ihm noch. Ich hab ihn gerade wieder. Er kommt links rum, er kommt links rum. Aber wir meinen, dasselbe links. Ja, ja, von dir aus guck ich immer. Ja, ich glaub, der rennt weg, oder? Oder wendet der nur? Sobald er wegrennt. Nee, er weiß, er findet den Weg nicht. Jetzt musst du weiter weglaufen. Weg, 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 weg. Kommt der im Stein? Und? Immer noch hinter dir her. Linkst du oder rechts? Oben, oben. Oh, Lauf. Hast du noch genug Leben? Naja, ich bin half. Ah, andere Seite sagt mir doch was. Ach so, ja. Lauf weiter um den Stein rum. Lauf weiter um den Stein rum. Du durfst zu verdursten. Was? Verdursten? Ja, es ist okay. Hast du keinen? Ich hatte nochmal. Okay. Er kommt rechts. Jetzt gib ihm. Gib ihm weiter. Oh, der Bogen ist kaputt. Oh no. Ich hab noch einen anderen, aber ich muss den halt umlegen. Okay, jetzt gedürftest du schnell. Er kommt hinterm Stein jetzt. Ja, ich weiß es nicht. Weiter laufen, weiter laufen, weiter laufen, weiter laufen. Du hast noch nicht genug Entfernung. Weiter laufen, weiter laufen, weiter laufen, weiter laufen. Ich hab halt nicht mehr so viel. Jetzt könntest du vielleicht kurz. Ah, ich weiß nicht wie. Ne, er kommt über den Stein. Wie? Oh, fuck. Oh Gott. Lauf, 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 lauf. Einfach so weit du kannst. Aber ich hör das Trampeln noch. Ja. Ich versuch ihn gerade auf mich zu locken. Mit dem Speer. Ja, ich hab ihn getroffen. Jetzt kannst du schnell wechseln. Ja, okay, ich probier. Bitte schnell. Ja. Okay, ich hab ihn da. Okay. Okay, ich komm, ich komm. Oh, der ist auch kaputt. Du leckst mich doch am Arsch. Doch. Oh mein Gott. Warte, ich muss Wasser holen und den irgendwie reparieren. Okay, er hat sich jetzt an so einen Do-Ethikus verbissen. Das ist sehr gut. Weil die kanten sich ein und kriegen kaum noch Schaden. Warte, ich hab noch 13. Ich mach gerade noch ein paar Pfeile. Ja, go, 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 go. Und ich muss unten eigentlich auch Wasser holen. Kannst du mir Wasser holen? Kannst du mir so ein Wasser schnacken? Ja, 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 ja. Oh, okay, der Trampelt hier wieder rum. Ja. Okay, der hat Bock auf mich. Aber ich baue noch. Lauf. Boah. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Und sofern man davon vor gut sprechen kann, wenn einer... Geh einfach zum Wasser und hol dir da schnell Wasser. Okay, der ist kurz abgauert. Fuck, aber jetzt wreckt der, oder? Nee, der ist gleich... Ach nee, der beißt gerade noch was anderes. Go, 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 go. Aber ja, er wreckt jetzt. Und ja, er wreckt jetzt. Also jetzt muss er kriegen. Ich komme. Ja, ich hab ihn wieder. Ich hab ihn wieder. Ich hab ihn wieder. Jo. Entspannte hier raus. Du brauchst, du brauchst mehr Fläche, Junge. Okay. Du brauchst was, wo er nicht drüber kann. Weißt du, was du drumherum rennen kannst. Verfolgt er mich? Ja. Komm hier wieder in den Wald rein. Ja. Ist er eng hinter dir? Ist er immer noch hinter dir. Immer noch hinter dir. Eng hinter mir? Immer noch hinter dir. Ja, ja, ja. Keinen Meter anhalten. Okay. Okay, jetzt hat er Bock auf mich. Äh, Katsu, Katsu. Äh. Ja, ich hab ihn, hab ihn getroffen. Oh Gott. Also ich, keine Ahnung, wie viele Fälle brauchten so einen T-Rex. Ich weiß es nicht. Aber solange er Bock auf mich hat, ist ja gut. Ja, aber gar nicht. Hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Warte. Ich hab ihn mit Sperren, Arsch. Äh, mach ihn nicht zu low, ne? Wir wollen ja noch High-Level haben. Ja, der ist noch super high vom... Okay, krass, Alter. Der ist echt high. Jo. Also mein Lederhandschuh hat er zerringt. Ich, ich kann halt nichts machen. Ich hab keine Waffe, um den anzugehen. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Weil ich weiß doch nicht, woran man das sieht, ob es denen gerade gut oder schlecht geht. Ähm, das Blut auf seiner Haut. Ja, aber... Je mehr Blut er drauf hat, jetzt wird sie gerade noch wunderbar. Aber bei Betäubungsfeilen auch? Ja, ja, ja. Äh, das, nee, das sieht man nicht. Ja, weil ich hab keine Ahnung, wie viel Lode ist von der Betäubung. Äh, weiß ich auch nicht. Aber er sollte jetzt demnächst endlich mal umfallen, vielleicht. Also ich hab... Also 30 Pfeiler hat der locker drin. Warte mal, er kämpft sich wieder am Doedicus fest. Vielleicht? Ja. Der läuft weg? Ja, ja, ja. Wenn er wegläuft, dann hat's ihn gleich. Der läuft wirklich weg? Ja, 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 ja. Ja, ja. Gib ihm. Ich hab nur noch zwei Pfeile. Komm schon. Please. Fuck. Kannst du Pfeile machen? Nein. Äh, ich hab noch einen. Warte, warte, warte. Ich hab noch welche. Ich hab noch welche. Ich hab jetzt welche gemacht. Okay, okay. Aber ich bau grad noch. Wo ist er hin? Ich mach auch. Wo ist er hin? Ich hab auch. Sag mal, wo er ist. Er ist hier vor uns. Direkt vor uns. Wo? Äh, läuft immer weiter. Da, da, da. Ich seh die Schwachspitze. Den können wir haben. Den können wir haben. Den können wir wirklich haben. Äh, großer. Ja? Ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Okay, ich hab noch fünf. Ich hab auch noch fünf oder so. Ja? Ja! Ist das dein scheiß Ernst? Okay, was müssen wir jetzt machen? Der Coppy, geh weg, geh weg von ihm. Geh weg von ihm. Warum? Du musst den Coppy töten. Was ist denn Coppy? Dann kriegen wir die Level nicht. Effektivität. Achso. Wir müssen die töten. Shit, okay, ja. Bleib weg von ihm. Wo ist er? Ist da was? Okay, meine sind tot. Coppy, tot. Ja, der ist tot. Nicht auf ihn hauen! Alter! Nein, hab ich nicht gelackt. Ein Coppy, wirklich. Trust me. Nein, der hat ja sogar geschrien. Nein, nein, das war der Coppy. Nein, war er nicht. Du hast ihn mitgetroffen. Ja, gut, das kann sein. Bleib weg von ihm. Wo ist er? Ist da was? Okay, meine sind tot. Coppy, tot. Ja, der ist tot. Nicht auf ihn hauen! Alter! Alter, ich kann nicht mehr. Du hast dich im Zusammenbruch. Ja, ich hab keine Dinger mehr. Was muss man denn jetzt da reinmachen? Fleisch hab ich reingemacht schon. Und was muss ich reinmachen? Äh, Narkotöpfchen brauchen wir. Hab ich, hab ich, hab ich. Nice. Hab ich nicht. Ja, dann mach mal ich die rein. Ich hab die gerade alle für die Betäubungshörde genommen. Ja, eben. Geh zurück und hol die. Mach nochmal welche neue. Ich hab auch welche. Da sind noch 20 oder so in den Dingen oben, glaube ich. Ja gut, dann hol das schnell. Alter, oh nein, da ist ein Dilo. Da ist ein Dilo. Muss ich kommen? Ja. Oder? Weiß ich nicht. Ja, sag was. Nee. Ich komm mal mit. Müsste ich hinkriegen. Ja, ich komm trotzdem. Scheiß drauf. Aber wacht der irgendwann auf? Ja. Wenn wir die Dings nicht haben, schon. Wie viel hat der noch? Bewusstlos. Alles gut. Ja, er hat noch. Oh, der heilt noch eine ganze Weile. Boah, fucking hell. Okay, hol auf jeden Fall. Alter, wir haben die fucking T-Rex. Weil alle Lava die ganze Zeit. Yo, which is devilish or your T-Rex, ja. Ich fache, ne? Ich fache, ne? Oh, ich verdurste. Scheiße. Und ich muss mich gerade gegen Dilo wehren. Fuck. Oh Gott, da kommt noch ein Adler. Okay, ich komme, ich komme, ich komme. Scheiß drauf. Äh. Fuck, ich bin auch völlig am Sterben hier. Okay, das habe ich nochmal. Ich komme. Bist du low? Ja. Ich bin gleich tot. Ne, ich komme. Fuck, ich bin Knochen gebrochen. Den Adler habe ich. Alter. Okay, alles easy. Ich brauche, ich brauche. Heilung. Hast du noch gebratenes Fleisch dabei? Ne, nix. Fuck. Geh nach oben, geh nach oben. Ne. Ich map hier schnell. Beeren weg. Alter. Okay, wir müssen unbedingt da hoch. Geh du da hoch. Ich kann den besser verteidigen hier. Ich habe noch das scheiß Ding hier. Okay. Aber ich brauche hier... Kriegen wir nicht Prime Meat aus dem Adler raus? Ich brauche ein Lagerfeuer. Ja, kriegen wir. Ja, aber nur mit der Spitzsacke, oder? Ich weiß es nicht. Nein, ich habe... Nimm das Fleisch schnell aus dem Rex raus. Ja. Alles? Ja. Okay, alles ist raus. Okay, ich heile langsam. Ja, du musst jetzt hier rüberkommen. Ja, ich habe gebrochene Knochen. Das stelle ich nicht so an. Wir brauchen aber das Lekosemittel vor allem, Alter. Scheiße, er hat schon einmal gegessen. Mist. Ja, dann hol... Ne, mach du, mach du, mach du. Die Knochen sind mittel. Ja. Alter. Okay, jetzt kannst du das Fleisch wieder reinpacken in ihn. Ja. Hinten rein quasi. Und er frisst immer das Erste. So, wenn er 60 Nahrungspunkte verloren hat, dann frisst er eins. Okay, ich gehe mal gucken, ob ich hier einen Adler in direkter Nähe habe. Das dauert voll lange. Äh, ja, aber... Einer muss eigentlich bei ihm bleiben. Vor allem das Witzige ist, die anderen gucken ja nicht die YouTube-Videos, weil wir es verboten haben, aber die sehen ja die Titel. Und unser Titel ist einfach, wir zählen in fucking T-Rex. Erster T-Rex, schwöre. Alter, Mann. Alter, wie geil. Was ist das für eine Geschichte, Mann? Alter, wir sind in der ersten Woche und wir haben einfach einen fucking motherfucking T-Rex. Ich meine, er ist nur Level 22, aber... Ja. Who fucking cares? Ja. Aber warte mal, ist hier nicht unsere alte Base? Ey, das wäre der Dream. Ich glaube schon. Ey, der ist zählmung schon bei 43 Prozent. Ja, ja, durch das Prime-Meet. Ja, hier ist unsere alte Base. Alter, das läuft ja wie am Schnürchen. Ja, ja, ja. Hier waren doch auch noch Narcos, oder? Nee, 14. Heißt 43 Prozent die Effektivität, oder heißt das, wann er uns gehört? Wann er uns gehört. Weil das geht auch schneller. Also weiß ich nicht. Er ist länger bewusstlos, als die Zählung geht. Oh Gott, da ist noch Fleisch, geil. Aber wir brauchen Prime-Meet, Alter. Kannst du wiederkommen und ich gehe einen Adler jagen? Ja, Moment. Ich schaue gerade noch, dass ich Dings mache. Wenigstens ein Töpfchen, weißt du? Ja, das ist wahrscheinlich gut. Was ist die braune Leiste? Wie voll ist die? Welche? Die braune Leiste, unter der lilanen. Bei 43. Ah ja, gut. Lila ist bei höchstens ein Zehntel weg. Dann brauchen wir ja gar kein Töpfchen, Alter. Ich habe übrigens noch drei Metalle in der alten Base gefunden. Nice. Ja, und wir können... Moment. So. Alter, wie geil! Der liegt auch einfach richtig gut. Ich bin da, ich bin da. Okay, nice. Ich gehe mal gucken, ob ich hier einen Adler finde. Leck mich am Arsch, Alter. Das ist halt der Hammer. Wir haben noch fünf Minuten. Alter, wie du den weggekitet hast. Der hat doch noch zwei Prime-Meet. Was willst du denn? Ja, ich dachte, vielleicht reicht das nicht. Doch, doch, das reicht. Alter. Wir müssen jetzt einfach nur verteidigen. Folge 5, T-Rex. Ja, Effektivität 75%. Du hast den T-Rex getroffen, du Eimer, ey. Ja, ups. Ja, vor allem, wir kriegen jetzt acht Level. Wir hätten wahrscheinlich vorher plus zwölf Level gekriegt oder so. Ah, mit dem wären wir trotzdem ganz gut. Also, ich meine, da wir durch, dass wir ihn so früh haben, werden wir ihn ja auch oft im Kampf verwendet. Geht einfach direkt los und gehen sie raten. Vor allem, überleg mal den Gesichtsausdruck von Mori. Mori sagt, die kommen im T-Rex. Und Max, nein, nein, Mori, du hast keine Ahnung. Das ist ein T-Rex. Mega geil. Und Max noch. Johnny, es reicht nicht, wenn du die ganze Zeit nur Feil und Bogen spielen lernst. Lick mich, Alter. Zehn Stunden arg, sieben Stunden Robin Hood gespielt. I love it, Alter. Ist das geil. So, er braucht nur noch einmal eine Keule zu fressen, dann haben wir ihn. Alter. Das passt perfekt. Wir hätten uns das T-Rex-Team lennen sollen. Holy shit. Es ist so gut. Vor allem, dass random ein Adler daneben ist. Du fast stirbst. Und wir da merken, warte mal, das ist ja Prime Meat. Es ist halt, es ist halt wirklich ein Next Level. Hoffentlich, hoffentlich ist die Folge noch nicht zu Ende gleich. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Nee, es sind noch drei Minuten. Oh no. Ich weiß nicht, ob das reicht. Könnte reichen. Ja, wenn nicht, dann haben wir einen guten Aufhänger für nächste Woche, Jungs. Alter, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr gedacht habt, während wir das Ding gemacht haben. Und ich wette, die ganzen PvP-Spieler sind gestorben, als sie gesehen haben, dass sie versuchen, einen fucking T-Rex anzugreifen. Und vor allem, ich habe halt zwischendrin echt Probleme gehabt, die in der Richtungsangabe, weil ich selber so viel Angst hatte. Und das Gute war so, so ist so, der geht über den Stein. Das heißt, lass den Kuck hoch und es guckt halt nur das fucking Maul aus dem Stein. Alter, Alter. Oh, wie gut. Oh nein. Was ist los? Wir schaffen das nicht mehr in der Folge, oder? Ach, noch zwei Minuten haben wir. Na, vielleicht. Könnte haarscharf werden. Arschknapp. Alter. Holy shit. Wir haben einfach schon fucking T-Rex da stehen, weißt du? Vor allem, die können wir einfach vor der Base parken. Die ist er... Ja, wir haben ihn! Wie wollen wir ihn nennen? Whitey? Ja. Ja, von mir aus. Irgendwas mit Surprise, Überraschung? Eigentlich wirst du gerne Überraschung mit in Caps nennen. Geht nicht. Nee? Ueberraschung kann ich schreiben. Dann mach mal Surprise. Wir haben fucking T-Rex. Ich weiß nicht mal, wann man den Sattel kriegt. Ähm, irgendwo 60er Bereich. T-Rex. Rex. Einfach nur Rex. 74. 74, ja. Fucking T-Rex! Das ist doch geil! Gommelblicker! Alter, warte. Ich muss den mal hier ein bisschen rumführen, damit er in Thumbnail passt. Ja, ich mach gerade. Lass mal stehen. Ah, au, au. Alter. So. Ja, warte. Nee, lass uns ein bisschen ins Licht kommen. Ja, das stimmt. Mach du mal das Bild und schick mir das dann. Nö. Dann machst du schön selber, Fräulein. Alter, ey. Ist das krass. So, hier gegen den Himmel ist vielleicht gar nicht schlecht. Lass mal gleich echt sagen, und? Welches Level hat euer T-Rex? Ja, und dann denken die... Aber wir haben wirklich einen. So, hier find ich ganz gut. Ja. So find ich ganz geil. Ja, geh mal raus aus dem Bild. Ach so. Du kannst mit Backspace, kannst du Dings wegmachen, ne? Oh ja, stimmt. Das hab ich ja eben gelernt. Warte mal, ich... Dass er herguckt. Kannst du mal hergucken, du Arschloch? Nee, ist okay. Okay. Ey, warte mal. Ups. Ist auch gut. Oh yes, baby. Wir haben einen fucking T-Rex. Ich komm aber noch nicht drüber hinweg, Alter. Vor allem, Max, noch bla bla bla. Du wirst dich einscheißen, wenn du das erstmal einen T-Rex siehst. Nee, das war ja real gemeint von ihm. Wenn dich der Brüller trifft, dann kackst du dir tatsächlich in die Hose hier. Alter. Und vor allem, ich hatte halt keinen Peil, ob der jetzt noch 100 Pfeile braucht oder so. Und auf einmal, der läuft weg. Und vor allem, das war ja das fünfte Mal, dass wir dachten, dass er wegläuft, ne? Ja. Aber da ist er halt wirklich weggelaufen. Oh nein. Ich meine, es ist die erste Woche und wir haben schon... Holy shit. Es wird noch krasser. Das ist das Krasse, Leute. Es wird wirklich noch krasser als das. Schreibt mir die Kommentare. Schaut auch unbedingt beim Alex vorbei. Da kamen nämlich die letzten beiden Folgen. Und die waren auch, hatten es richtig in sich. Also, haut da rein und... Ich habe nicht aufgenommen. Nee. Nee, habe ich doch. Und haut da rein. Tschüss. Und bis bald. Ciao.